Dass Volksvermögen zerstört wird, das in der Tat ist sehr wichtig und es gibt ein eigenes Kapitel dafür, wie bei uns das Volksvermögen geplündert wird, mithilfe einer Propaganda pro Privatisierung. Es sind sehr, sehr viele Mails auch schon eingegangen, sogar vor der Sendung schon. Ich will mal auf einige eingehen. Ein Hörer aus St. Ingbert meint, dass allein die Personaleinsparungen bei Printmedien und in den Sendeanstalten zur Verschlechterung der Informationsqualität ja wohl beitragen müssen. Ein Hörer aus Saarbrücken beschwert sich, dass gerade besonders sonntags die Meinungsmache besonders stark ist, da alle Sonntagszeitungen ganz besonders auf einer Linie liegen. Und ein Hörer aus Duttweiler meint, dass auch bei uns im Fernsehen manchmal eine verräterische Wortwahl sei, da würde zum Beispiel die CDU immer um neue Mitglieder werben, während die Linken Mitglieder rekrutieren würden. Also woher kommt die Meinungsmache und wer sind die Akteure überhaupt? Also das ist jetzt ein ganzer Komplex von wichtigen Fragen. Eine Kernbeobachtung, die in meinem neuen Buch Meinungsmache ganz am Anfang kommt, ist die, dass ich eben durch lange Beobachtung von Meinungsbildungsvorgängen gelernt habe, und das gebe ich weiter, versuche es weiterzugeben an Sie, die Hörerinnen und Hörer und Leser meines Buches, dass heute Menschen und Gruppen, die über sehr viel Geld und über sehr viel publizistische Macht verfügen, auch die politischen Entscheidungen beeinflussen können und dass wir langsam an dem Punkt angekommen sind, wo man über demokratische Meinungsbildungen nicht mehr sprechen kann. Deshalb schreibe ich ganz flehentlich, wenn Sie so wollen, unsere Demokratie ist in Not, weil die Arbeitnehmer fast nichts mehr zu sagen haben und die wenigen großen Interessen, Bertelsmann und Springer und andere, ein paar wenige Mediengruppen heute, das Sagen haben, nicht nur bei der generellen Meinungsbildung dagegen wäre ja nichts zu sagen, sondern auch dann tief hinein in die politischen Entscheidungen. Aber wir haben doch keinen Berlusconi hier bei uns, der also alles in einer Hand hat. Das heißt, besteht bei uns vielleicht die Gefahr, dass sogar die Politiker von außen beeinflusst werden? Das heißt, die Politiker sind gar nicht die Akteure einer Meinungsmache, sondern sie werden selbst beeinflusst in einer bestimmten Richtung. Es ist ein vernetztes System. Also erstens mal ist es so, dass, ich formuliere es so, Berlusconi ist überall und bei uns hat es eine andere Form. Es ist nicht eine Person, aber wir haben eine sehr starke Gleichrichtung, eine rechtskonservative Gleichrichtung im Medienbereich und der wirkt eben leider inzwischen bis weit hinein in die öffentlich-rechtlichen Medien. Es gibt ein paar Ausnahmen hier im saarländischen Rundfunk des Fernsehens. Bei Plus Minus ist einfach eine locker kritische Veranstaltung gemessen an dem, was wir sonst an großer Linie und ich sage gleichgerichteter Linie haben in den gesamten Medien. Also man braucht keinen einzelnen Mann, sondern man muss nur so eine Vernetzung haben. Gucken Sie mal, wie die Vernetzung bei uns zum Beispiel stattfindet, allein schon über Personen. Da ist die Frau Merkel, die ist befreundet mit Frau Springer und mit Frau Mohn. Das heißt, Bertelsmann, Springer und Merkel sind schon über weite Strecken damit vernetzt. Dann haben wir so Hintergrundnetze. Also der Peter Frey vom ZDF und einige andere mehr Chefredakteure, also der Chefredakteur meiner Zeitung in der Pfalz zum Beispiel, die sind wiederum Fellows, wie das so schön englisch heißt, eines Instituts in München, das im Wesentlichen von der Bertelsmann Stiftung getragen wird. Das heißt, da gibt es auch eine Vernetzung der Öffentlich-Rechtlichen mit dem Bertelsmann Konzern. Und das konnten Sie wunderbar erleben in der Behandlung von Oskar Lafontaine und der Linken durch das ZDF im Wahlkampf. Das Sommerinterview, das Peter Frey dort machte, wurde im ZDF vorbereitet durch einen Eintrag im Internet, der genau schon so hieß, wie dann die Fragen waren, nämlich einseitig aggressiv. Und dann hat Herr Frey nochmal zweimal nachgetreten. Da sehen Sie schon an diesem Beispiel das, was der andere Hörer hier festgestellt hat, dass er sagt, es gibt eine Asymmetrie, so habe ich es genannt, in der Behandlung der fortschrittlichen Kräfte in der Bundesrepublik. Und ich könnte auch sagen, der Arbeitnehmerschaft und der Menschen im selbstständigen Bereich, die nicht zu den Großen gehören. Und der Leute, die das Sagen haben in diesem Land. Das muss man eindeutig sehen. Und auch im Machtwahn habe ich zum Beispiel schon gesagt, wir haben feudale Verhältnisse. Und es ist schon besonders apart, dass dann so jemand wie zu Guttenberg noch der beliebteste Politiker wird. Das können Sie nachgucken. Das ist in der Bild-Zeitung gemacht worden. Der musste das nicht belegen durch besondere Leistungsfähigkeit, sondern durch Meinungsmache ist der zum beliebtesten Politiker gemacht worden. Und der ist ein Adliger. Also da sehen Sie schon dieses kleine feudale Element. Die Medien sind weltweit in der Hand einiger weniger Menschen. Wie können wir uns da noch in Anführungszeichen neutrale Informationen beschaffen? Ja, das ist eine fast schon depressiv stimmende Frage. Dennoch würde ich es damit Luther halten, dass auch wenn wir vor dem Weltuntergang sind, dass wir da noch einen Apfelbaum pflanzen. Ich versuche es halt, indem ich dieses Buch geschrieben habe und indem ich mit einem Freund zusammen die Nachdenkseiten betreibe. Übrigens mit großer Unterstützung von vielen ehrenamtlichen Lesern. Es ist übrigens interessant, es haben schon einige Leser ihrer Nachdenkseiten hier E-Mails geschickt. Allerdings manchmal auch etwas kritischer ein. Leser ihrer Nachdenkseiten meint solche, dass man auch dort mehr Meinungspluralität, mehr kritische Meinungen jetzt gegenüber ihrer Position unterbringen könnte. Ein anderer sagt, auf irgendeine Weise machen Sie da natürlich eine ganz andere, auch Meinungsmache mit bescheidenem Umfang. Und ein anderer Hörer, er hat leider nicht geschrieben, von wo er schreibt, meint, was sagen Sie denn zu dem vielfach geäußerten Pauschalvorwurf, dass Sie ein Altlinker, dessen Zeit vorbei ist, versucht, die sozialliberale Politik der 70er Jahre zu rechtfertigen und dass hier jetzt versucht werden soll, das als veraltet geltende keynesianische Weltbild wieder salonfähig zu machen. Also zu dem Letzten kann ich nur sagen, das ist ausgemacht falsch. Das bin ich vornehm gewesen. Das keynesianische Weltbild gibt es nicht. Ich bin auch kein Keynesianer. Ich habe gelernt, als ich 1968 in Bonn anfing, als Redenschreiber von Karl Schiller, dem damaligen Bundeswirtschaftsminister, dass es Sinn macht, die eingesetzten und einzusetzenden Instrumente der Wirtschaftspolitik zu optimieren. Und dann, wenn man eine Nachfragelücke hat, wenn es an Binnennachfrage fehlt, dann ist es sinnvoll und optimal, dagegen zu steuern und keine brozügliche Politik zu machen. Das hat mit Ideologie überhaupt nichts zu tun. Und die ökonomischen Erkenntnisse, etwa die Erkenntnis, dass es einen Multiplikator-Effekt gibt oder einen Akzelerator-Effekt, das heißt, wenn ich Geld in die Wirtschaft pumpe, dann gibt es wieder Leute, die daran verdienen und dann das Geld wieder ausgeben. Das ist der Multiplikator-Effekt. An diesen Grundsätzen hat sich doch nichts geändert. Das Weltbild, das dieser Leser oder Hörer dann dem Keynes zuschreibt, das hat sich doch nicht verändert. Das ist heute genauso aktuell. Und Sie sehen es am deutlichsten daran, das ist auch ein tolles Beispiel von Meinungsmacher. Hier bei uns hat man in die Köpfe der Leute getrimmt, Konjunkturprogramme seien Strohfeuer. Das habe ich auch nachgezeichnet. Das begann in den 70er-Jahren. Es war eine reine Propaganda, nie belegt. Und die gleichen Institute, die damals in den 70er-Jahren noch belegt haben, welche Erfolge diese kemsianische Politik gebracht haben, die sagen heute das Gegenteil. Das heißt, es sind lauter Welten, Wende, hälste, charakterlose Typen, die das gemacht haben. Wobei es ja ganz lustig ist, Sie sagen, Konjunkturprogramme bringen nichts, aber genau die Leute, die das sagen, haben dann eine Abwrackprämie erfunden. Ja, das wollte ich ja noch sagen. Die gleichen Leute, der Steinbrück hat im Frühjahr 2008 noch gesagt, Konjunkturpakete sind des Teufels. Und sieben Monate später hat er sie mitbeschlossen. Da sehen Sie doch die ganze Wetterwendigkeit dieser Leute. Mich betrifft es überhaupt nicht, wenn mich Leute also sagen, ich bin auch kein Altlinker. Ich komme gar nicht aus der Ecke. Ich war nie ein... Sie haben gerade Karl Schiller erwähnt, der galt nicht als links. Ja, gut, ich war Linker als Karl Schiller, wenn man das so will. Aber ich versuchte immer, rational zu sein. Ich poche auch heute nicht nur auf soziale Gerechtigkeit, sondern auf Effizienz. Und ich halte es für einen großen Fehler, wenn die fortschrittlichen Leute in Deutschland den Neoliberalen nicht ihre Vergeudung von Ressourcen und ihre mangelnde Effizienz vorwerfen und nur auf die soziale Gerechtigkeit setzen. Die halte ich für wichtig, in der Tat. Und ich war ein großer Verfechter dessen, dass dem Staat jedes Kind gleich viel Geld wert sein muss. Deshalb haben wir 1975, in der Zeit, auf die ich stolz bin übrigens, das gleiche Kindergeld für alle eingeführt. Und dann hat man, als Kohl kam und Geißler kam, haben sie wieder die Kindersteuerfreibeträge eingeführt, die mir mehr gebracht haben, aber nicht dem normal verdienenden Menschen. Und deshalb bin ich gerade zu stolz, auch wenn das links ist, dass man sagt, man will, dass dem Staat ein Kind gleich viel wert sein soll, ganz egal, wie viel die Eltern verdienen, dann bin ich gerne ein Linker. Hören wir noch eine telefonische Frage an den Autor. Ich höre in der letzten Zeit immer, dass die Hamas die Macht an sich gerissen hat. Ich wollte den Autor fragen, ob demnächst Frau Merkel auch die Macht an sich reißt und wie ernst ich solche Nachrichten aus dem Nahen Osten nehmen kann, wenn ich zum Beispiel den Augenzeugen Totenhöfer nehme und daneben die Nachrichten lege. Da ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Wie sieht der Autor das? Also wenn ich da mal gleich einwerfen darf, also die Hamas wurde zwar gewählt, soviel ich weiß, hat aber ihre Konkurrenten aus dem Land gejagt. Das hat Frau Merkel bestimmt nicht. Ja, ich weiß auch nicht, ob dieser Vergleich uns allzu viel weiterbringt. Insofern bringt er uns schon weiter, als auch bei der Betrachtung der Vorgänge im Nahen Osten. Wir Opfer von Meinungsmache sind. Das ist ganz eindeutig so. Und da haben Sie recht. Das Urteil über die Hamas ist hier festgefügt in den deutschen Medien und da ist wohl auch nichts mehr dran zu deuteln. Ob das Urteil richtig ist, das ist eine andere Frage. Insofern würde ich dem Hörer recht geben. Dennoch der Vergleich mit Frau Merkel bringt mich nicht so viel weiter, weil es hier nicht um diese Art von Gewaltausübung geht. Richtig ist, dass Frau Merkel sich verlassen kann auf die Medien und finanzielle Macht der Mächtigen. Und dass sie insofern, weil es diese Asymmetrie gibt, praktisch eine Machtgarantie hat, wenn Sie so wollen, ohne dass sie beweisen muss durch ihre Leistungen, dass sie das verdient. Ich habe das mal so formuliert, ich glaube, es steht auch im Buch, die Neoliberalen sind Hätschelkinder, weil sie nämlich die Macht über die Medien haben. Und Hätschelkinder müssen nicht beweisen, dass sie Leistung bringen. Ein Hörer aus Quirnbach in der Pfalz schreibt eine Mail, es geht ja um eine Sache, die auf den ersten Blick gar nicht politisch ist. Eine andere Form von Meinungsmache ist ja die Schweinegrippe. Die wurde jetzt, also das ist wirklich ziemlich leicht nachweisbar, auch hochgeschrieben geradezu. Aber da geht es ja eigentlich, wenn überhaupt, nur um große Verdienste von einigen Pharmakonzernen. Ja, das ist ein gar nicht so daneben, finde ich, weil es ein prima Parallelbeispiel zu dem ist, was bei uns mit dem Niederschreiben der gesetzlichen Rente passiert ist. Es sind, in diesem Fall ist es eben die Pharmaindustrie, die ein großes Interesse an großen Impfaktionen hat und die deshalb die Sache mit der Schweinegrippe propagiert hat. Das würde ich ja an deren Stelle, wenn ich deren Kommunikationschef und gewissenlos genug wäre, auch machen, muss ich mal dazu sagen. Und bei der gesetzlichen Rente war es eben so, dass wir die Versicherungswirtschaft hatten, die sich 2002 ausrechnen konnte. Wenn Sie nur 10 Prozent von der gesetzlichen Rente rüberholen, dann haben Sie 16 Milliarden Umsatzzuwachs in einem Jahr. Insofern ist der Fall wirklich parallel. Und Sie sehen, dass auch unser Alltagsleben von solchen Dingen, nämlich von Propaganda und daraus folgenden politischen Entscheidungen geprägt ist. Herr Müller, ich habe eine Art Duckmäuser-Effekt festgestellt in der ganzen Gesellschaft. Es geht also darum, dass man tut, was der andere tut. Und das hat eine Wahnsinnskraft auch unter Journalisten, auch unter Medienmachern. Egal, Mode, man kann es Konformitätsresonanz oder so ähnlich nennen. Also die Lust nach Konformität, manchmal auch einfach durch die Faulheit fördert, abzuschreiben, die ist wahnsinnig groß in allen Bereichen. Ich glaube, das ist eine menschliche Eigenschaft, die manchmal auch nützlich ist, gruppenbildend, aber gerade im Medienbereich absolut tödlich ist.